Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein solcher Erfolg und es ist genau das Publikum Ein Huhn Was denn? Ein Huhn? Oh! Ja! Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun Was denn? Ein Huhn? Oh! Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Was denn? Ein Huhn! Oh! Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun Was denn? Ein Huhn! Oh! Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn! Oh! Deswegen, dass es ja eigentlich ist, das ist ja eine versteckte Würdigung und Huldigung nach Ankündigung, den senden sich jetzt um Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Was denn? Ein Huhn! Oh! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Das war ja meine Entscheidung Das war ja meine persönliche Entscheidung Was denn? Ein Huhn! Oh! Das hat aber seine Ordnung Erst an dem Abend lüften ist aber dann schon aufgedeckt worden von einer Zeitung Was denn? Ein Huhn! Oh! Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Ein Huhn! Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ganz einfache Lösung! Ein Huhn! Es gibt keine private Regelung! Punkt! Ein Huhn! Sprach- und Sehstörungen Den Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja? Und dann ist auch alles in Ordnung Ein Huhn! Sexuelle Orientierung Was denn? Ein Huhn! Oh! Was denn? Ein Huhn! Oh! Ja! Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit geklärt Was denn? Ein Huhn! Oh! Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Was denn? Ein Huhn! Oh! Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun Was denn? Ein Huhn! Oh! Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn! Oh! Deswegen, dass es ja eigentlich ist, das ist ja eine versteckte Würdigung und Huldigung Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Was denn? Ein Huhn! Oh! Ein Huhn! 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 Ein Huhan! Bis zum nächsten Mal.